So Leute, was geht? Es gibt jetzt was Neues in Fortnite. Hier sind jetzt einfach so Eier. Und daraus kommen jetzt hier die Aliens. Musst halt ein bisschen abknallen. Und ja, das war's auch schon mit dem Video. Tschüss. Warte, wir müssen mal kurz ins Wasser, sonst enttötet er mich hier noch. So. So, lasst doch mal gerne ein Like und ein Abo da. Danke für euren Support. Tschüss. Wartet.